Wir nennen unsere Kids-Trainer auch Starkmacher-Coaches, weil sie täglich die Kinder darin unterstützen, ihr Selbstvertrauen aufzubauen. Durch das richtige Loben, Tipps in den richtigen Momenten und eine starke persönliche Bindung begleiten sie die Kinder durch die verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung. Während der umfangreichen Ausbildung der verschiedenen Stufen vom Co-Trainer bis zur Mattenleitung vergeht mindestens ein halbes Jahr und viele, viele Praxisübungsstunden. Viele unserer Starkmacher-Coaches sind hauptberuflich angestellt und arbeiten täglich vier Stunden mit Kindern aller Altersstufen auf der Mathe. Man kann also sagen, sie sind echte Starkmacher-Profis.